Wo sitzen wir jetzt drin? Was habt ihr heute gemacht? Irgend so ein Auto, das ja nicht wie ein Tick-Tick aussieht. Und wo sind wir jetzt? In welcher Stadt? Wir sind beim Chirmei Airport oder so. Zumindest beim Flughafen, das weiß ich nicht. Und die Mama sitzt vor mir mit drin? Ja. Mit dem Olli. Und wir sitzen jetzt hier hinten alle. Hinten ist hier cooler. Seht ihr das Gepäck? Die Oma will sagen, wir sind ganz schön eingequetscht hier. Meine Familie und Jürgen haben gelb. Wir haben aber die Oma. Die Oma, meine Schmerzen haben relativ gut drin. Wir sind auf die Reis der Knie. Wir sind auf die Reis der Knie. Wir haben die Oma. Der versteckt es bestimmt nicht so schwer, der versteckt es bestimmt leicht. Wonach sucht ihr denn jetzt? Nach den Geschenken beim Weihnachten. Weihnachten? Wo seid ihr denn jetzt? Das ist für mich. Hey, ich hab doch recht gehabt. Die Geschenke sind in der Kette. Oh, dort steht Laura drauf. Dort steht Oliver. Dort steht Oliver drauf. Und gibt es denen auch noch einen Zettel? Da steht Sophie. Ich hab einen Frosch. Hier ist für die Laura. Guck mal rein. Was ist da drin? Guck mal, Pappi. Oh, was hast denn du? Frosch. Oh. Das ist mein. Deine Laura, guck mal. Oh, ich hab auch einen Frosch. Wir können ja für Oma, für alle Wesen, 6 Meter aufreisen ein Quarkkonzert geben. Na gerne, guck das damit. Und was ist das hier? Ah, ein Trott. Oh, Olli. Was, du hast auch einen Frosch. Ja, das war Olli. Guck einmal, Olli. Wir haben bei euch ein Konzert. Und dann gibt es jetzt bei euch ein Konzert. Guck mal, Не so glatt, Guck mal, Ne. Guck mal, aber nicht so glatt. Guck mal, Ne. Guck mal, Ne. Guck mal. Guck mal, Ne. Guck mal. Guck mal, Ne. Guck mal, Ne.